Und herzlich willkommen zu Folge 117. Ja, ich habe jetzt die zwei Gatter fertig. Ich habe mich den Strom ein bisschen erhöht, den werde ich jetzt hier leicht runtersenken wie auf 10er. Habe gerade noch ein bisschen Wettstone reingeworfen, damit er halt ein bisschen weiter arbeiten kann und ich ein bisschen Gatter habe. So, jetzt werden wir noch ein bisschen Pipes holen, damit wir mal gucken, was wir hier wegwerfen können. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ja, das kann irgendwie hinterherkissen irgendwo. Das brauche ich nicht, ich brauche keinen. Das brauche ich nicht. Ich brauche ein paar Eisenpipes und ich brauche ein paar normale Pipes. Steinwasserrohr, Eisenrohr, ne, die brauchen wir nicht. Aber vielleicht später, da, normale Pipes. Mein Quaschetimer habe ich, genau. Und dann werden wir jetzt nämlich das so herstellen, dass hier irgendwo eine Kiste sitzt. Ich glaube, die wird hier sitzen. Es kann passieren, dass sie hier sitzt. So. So. Dann habe ich nämlich extra noch Stein mitgebracht. Zumindestens, dass sie ein bisschen schicker aussehen. Muss ja wenigstens was haben von sich. So, danke. Und jetzt müssen wir hier unten. Jetzt habe ich nämlich hier schon einen Block drangebracht. Den, ähm... Genau, da muss es entscheiden, denn da muss ich auch hin. So. Da muss jetzt nämlich unsere Pipe lang. Äh, da. So, und hier muss jetzt ein Eisen... Muss da eine Eisenpipe hin? Ja, da muss die Eisenpipe hin. So. So und so. Die Eisenpipe muss gleich natürlich auch in die richtige Richtung zeigen. Jetzt schaue ich mal gerade, wo der denn sitzt hier. Also, der Ding ist wieder voll. Hier sind noch ein paar übrig. Hier unten sitzt er, okay. Dann müsste ich auch noch ein paar Schienen dran sitzen, damit er noch weiter in den Keller kommt. Aber dafür werde ich oben und vielleicht unten... Oben auf jeden Fall, aber unten, mal schauen, äh, Liquid... So einen Liquid, äh, Tank machen. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Muss ich mir unbedingt mal in meiner Testwelt ausprobieren. So, du zeigst schon unten, ne? Das ist auch richtig. Jetzt brauche ich dieses Markpipes. Die haben nicht den einen Vorteil. Ach nee, stimmt gar nicht. Ich muss das nicht hier dran bauen. Ich trottel. Das kommt ja hier dran. Moment, ich brauche erst das Ding. Das kommt nämlich unten drunter. Und jetzt müssen wir sagen... Da gehen wir nämlich hier unten dran. Ich bin bestimmt irgendwo drauf gelatscht, ne? Ja. Äh... Grünes, gelb. Moment. Das geht alles in... Ja, warte mal. Das geht in grün rein. Und in gelb müssen wir die Samen rausziehen. Alles klar. Grün ist gelb. Ja, warte mal. Das weg. Grün ist grün. Grün ist grün. Und die las gelb. Genau. So ist das richtig. Die Pipen... Da müssen wir gleich drauf achten, dass wir die wieder richtig setzen da oben. Jetzt brauche ich noch einmal Samen. Und die müssen gleich alle rüber. Ähm... Der Minimum-Stomp stört mich gerade. Geh mal bitte da rein. Danke. Warte mal. Ich habe noch diese Cover hier. Die kann auch da rein. So. Das brauche ich jetzt. Das brauche ich. Und das brauche ich. Und gerade was anderes brauche ich nicht. Einmal von lila, einmal von grün. Und die pumpen beides jetzt da rein. Das muss in die Richtung. In den oberen... Warte mal. In grün war jetzt so. In den... In grün kommt Weizen rein. In den lilanen kommen Samen. Jetzt kommen zwei posierende Gatter. Dafür werde ich aber oben jetzt die Chests hinsetzen. Sonst gibt es dann nämlich gleiches Terrar. Und hier die ganze Kiste überfüllt. So. Und dann hier hoch. Und dann hier... Zack dran. Dann kommt... Ach, jetzt sitzt das Ding ja natürlich im Weg. Da kann ich bestimmt nichts draus setzen, oder? Ne. Müssen wir das nochmal umändern. Ach, Menno. Ich dachte, das wäre zu richtig. Dann müssen wir... Grün auf Blau machen. Ja, können wir ja zur Not setzen hier. Grün auf Blau. So. Ja. So. Ne. So und so. Und der muss jetzt... In die Richtung zeigen. Der geht in die Richtung. Genau. Und Blau... Warte mal, jetzt muss ich gucken. Genau. Blau ist jetzt Weizen. Jetzt kommt der gesagt hier. Hast du Inventories-Item. Und das gleiche gilt da unten auch für... Wo ich jetzt gerade nicht drankomme. Meine Herren. Uah. Na egal. Macht der Roboter sowieso gleich wieder richtig. Inventories-Item pumpen. So, jetzt pumpt der hier nämlich Weizen und da nur Samen. Der Grund ist, wenn ich jetzt beides pumpen würde, wird der auch... Allgemein alles auspumpen. Ihr seht, jetzt pumpt er das hier schon mal raus. Wo gelb ist, pumpt er das raus. Und wo grün ist, müsst ihr gleich auch auspumpen, ne? Blau ist grün. Ich will hoffen, das macht er gleich. Da pumpen sie jetzt natürlich hier noch rüber, da sie nicht wissen, wo sie langen sollen. Ist aber auch eigentlich relativ egal. Wenn die hier drum ganz schüssen, gehen sie auch in diese Richtung. Und jetzt füllt sich die Kiste so langsam. Ja, jetzt füllt sich die Kiste. Und so habe ich auch das schon mal erledigt. Jetzt pumpt er das alles raus aus den Kisten hier. Das kann natürlich jetzt noch im Moment dauern. Aber ich werde jetzt erstmal noch hier meine Kommstanz wieder hinsetzen. So. Und so habe ich auch kein Problem, dass es funktioniert. So, so, hier kommen später Covers drauf, wie gesagt. Sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Ihr könnt eigentlich wieder einen Erdeblock hin. Ich dachte, jemand hat das von der anderen Seite. Aber ist ja auch eigentlich relativ egal. Ja. Pum, raus, Pum, raus. Was macht er jetzt? Na, jetzt pumpt er von der Seite. Okay. Das kann er erstmal pumpen, weil ich muss in der nächsten Folge da mal schauen. Wie gesagt, das sollte eigentlich meine letzte Folge jetzt sein. Aber ich will das mit dem Glück jetzt noch ein bisschen machen, dass ich halt ein bisschen zwischendurch da noch mit farmen kann. Und dann müssen wir eigentlich die Schienen auch noch dran setzen. Ach, das können wir eigentlich doch stoppen. So. Und das kommt jetzt hier ein System rein. Und dann kann das nicht wieder weiterarbeiten. So ein bisschen noch. Wie weit es geht. Und ich würde dann jetzt mal schauen. Ja, warte mal. Wir tun unser Bedpack mal wechseln. Und hier wäre ja dann eigentlich in dem Fall ein Weg dafür, ne? Wo wir lang gehen müssten. Da. So, 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 so. Hier wäre jetzt eigentlich der Weg. Genau, dann würde er hier lang führen. Dann hätte ich hier eine Chance, da lang zu gehen. Ja, und dann? Vielleicht? Ja, der müsste eigentlich komplett außen rum, damit ich schneller da hinten bin. Aber das ist auf Deutsch gesagt ein arschlanger Weg. Da mache ich nämlich was anderes. Fällt mir gerade nochmal so ein. Ich wechsle gleich beide Kisten. Ich wechsle die durch eine Enderchess gleich. Habe ich den Enderchess hier schon mal irgendwo am Laufen? Warte mal, was ist denn hier noch drin? Ach, hier ist noch so ein... Ne Wasserbiene. Ja, komm mal her. Na komm. Das geht doch nicht so hier. Komm her. So. Äh, da, da, da. Dann tue ich nämlich jetzt da paar Enderchess hin. Dann soll er von der Enderchess das da hinten reinpumpen. Und zwar... ins System importieren. Dann machen wir da jetzt auch noch einen exakten raus. Dankeschön. So. Exakter. Der Pumpte ist nämlich da ein bisschen schneller raus. Und wo habe ich die Enderchess hin getan? Die müsste ich doch irgendwo hier haben. Ne. 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 Vielleicht hier drinne. Ne. Äh, nö. Aber hier. Schönen wir die Pipes wieder rein. Wo habe ich die denn hingetan? Das ist jetzt die Frage. Da sind sie auch nicht. Hier sind sie auch nicht. Ich habe da welche gemacht, oder nicht? Oder habe ich gar keine gemacht? Ne. Ich hatte doch nur schwarze Ender-Tanks gemacht. Keine Ender-Truhen. Ender. Oh. End. Achso. Ich suche mir jetzt herz zu Tode, wenn ich End eingebe hier. Jetzt kann ich Ender eingeben. Ender. Ender-Trüschchen. Weiß. Weiß nicht. Weiß. Oder wir können auch schwarz wieder nehmen. Wollen wir zwei Truhen, vier Lohne, Ruten und ein bisschen Wurrle, Wurrle, Wurrle. Dann holen wir uns erstmal hier vier von den Dingen an hier wieder. Da könnte ich auch welche ein bisschen jagen gehen. Machen wir aber selber. Wenn ich dazu Zeit habe. Ich komme mir gerade mit denen noch ein paar aus. Ich brauche Sibian, vier, ne, zwei Stück. Jeweils zwei Stück. Dann habe ich doch noch hier über zwei Kisten. Und ohne Ender-Pull und noch Wolle. Schere und den Minimum Stone. Dann acht Eisen. So. Zu Ende, Perl. Dankeschön. Äh, okay. Und jetzt habe ich hoffentlich keine Wolle mehr. Wie immer. Hier, wenn du weißt, Wings. Dann hole ich mir jetzt halt Wolle. Schnipp. Schnipp, schnipp. Ach so, ich habe ja noch keinen Jetpack auf. Nein, 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 nein. Dann machen wir jetzt noch zu Ende. Dann kann das nämlich auch laufen. Truhe in der Mitte. Da, 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 hin. Das, da, hin. Und Endertruhen. ME-Kabel Wolle Das finde ich gerade einmal überlegen ME-Kabel, das haben wir genau Die Truhe wird noch öfters in den Einsatz kommen Dann zeige ich euch jetzt schon mal Nicht nur eine Kiste wird das sein, sondern vielleicht mehrere Dann kommt die Knackig hier dran, ne? So So Alles was du hast, ist einfach schapelweise Immer aktiv Und jetzt kommt der ganz gute Clou Ich pumpe jetzt alles was da hinten ist, sofort da in die Truhe rein Das geht ja relativ fix damit Jetzt wird gleich ein bisschen rum Gemosert da, weil da gleich alles weg springt Aber dafür muss ich mich jetzt beeilen So Und hier habt ihr eine Truhe Dann könnt ihr nicht mehr rummeckern So, dafür hast du schon reingepumpt, aber das ist auch nicht mehr viel So Und rein damit Dankeschön Und Rein damit Das ist so geil Und das ist wirklich alles fahrt auf Wir kommen so langsam in die Nähe, dass wir alles starten können Das ist fertig, das ist fertig Hier drin, da kann man Samenkernöl rausmachen Und das landet dann hier alles drin Genau, hier pumpt er dann immer fröhlich ein bisschen vor sich hin Hier gerade so lustig ist Biomasse wird produziert, Lava wird produziert, Energie wird produziert, das ist so geil Dann würde ich jetzt sagen Da das jetzt auch wieder abgeschlossen ist Sehen wir uns in der nächsten Folge Und bis dahin Euer Flash und Talp Und Tschüssin Ja